Wie erfahre ich, wie hoch meine zukünftige Altersrente sein wird, wenn ich eine Erwerbsminderungsrente beziehe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir haben sehr, sehr oft Anfragen von Kunden, die wollen von uns wissen, wie hoch denn die zukünftige Altersrente sein wird. Es geht da oft um Leute, die aktuell eine Rente wegen Erwerbsminderung beziehen, zum Beispiel eine teilweise Erwerbsminderungsrente und neben der Erwerbsminderungsrente noch arbeiten gehen. Da gibt es de facto nur eine Möglichkeit, da muss man die Renten einfach berechnen und zwar hochrechnen nach den entsprechenden Berechnungsvorschriften des SGB VI. Da das ja für viele Leute letzten Endes schlichtweg auch ein Buch mit sieben Siegeln ist, kann mir da nur Folgendes empfehlen für unsere Kunden. Schreiben Sie bitte einfach Ihre Deutsche Rentenversicherung an und verlangen Sie von denen eine fiktive Rentenberechnung für eine Altersrente zu dem entsprechenden Termin. Und dann muss die Deutsche Rentenversicherung diese entsprechende Rentenberechnung vornehmen. Und wenn Sie dann die Rentenberechnung haben, können Sie die fiktive Rentenberechnung nehmen und vergleichen die mit Ihrer derzeitigen Rentenleistung, die Sie erhalten. Und dann werden Sie sehen, ob Sie zum Beispiel in der Altersrente höhere Rentenansprüche erwirtschaftet haben oder ob diese gleich geblieben sind. Daher also einfach die Deutsche Rentenversicherung oder Ihren Rentenversicherungsträger anschreiben und von denen eine sogenannte fiktive Altersrentenberechnung verlangen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.